Gleich zu Beginn möchte ich dir sagen, dass wenn das wirklich dein Traum ist, darfst du wirklich niemals aufgeben und dir diesen Traum von niemandem nehmen lassen. Dementsprechend wirst du viele Menschen auf deinem Weg haben, die dir wirklich Steine in den Weg legen und die wirklich alles tun, um dich wieder herunterzuziehen. Wichtig hier ist nur, dass du wirklich niemals aufgibst und dass du vor allem niemals aufhörst, an dich selbst zu glauben. Mir beispielsweise wollte man mit 18 damals noch erzählen, als ich in der Schule war, dass mein Traum komplett unrealistisch ist und dass ich das ohne einem Studium niemals erreichen werde. Und genau ein Jahr später hatte ich meine erste Million durch Social Media Marketing verdient.